so hallo wir machen weiter bei isaac repentance und letztes mal haben wir war das der part wo wir schnell waren mit samson ich glaube das heißt uns fehlt jetzt noch madder wo soll man da genau ein bildchen fehlt uns noch dann haben wir mit samson alles das gefällt mir sehr gut insofern gehen wir noch madder anschauen mal ob das auch jetzt so gut läuft wie die letzten male ich bin sehr sehr gespannt ja außerdem haben wir dann den victory lap noch verfolgt oh ich weiß nicht ob ich das will aber wir können es ja mal probieren i guess also das natürlich jetzt schon gefährlich also so richtig nicht nur so ein bisschen aber hey wir probieren zwei würde ich sagen was kann schon schief gehen also möchte das gleich dazu sagen ich gehe nicht davon aus dass dieser waren jetzt gut laufen wird aber wie gesagt wir probieren das hat ordentlich gezwiebelt ok so itemraum können wir nutzen das ist so nicht fair oh gott jetzt kriege ich hier lauter geiles zeug oh shit oh shit oh shit ich hätte nicht ich hätte das nicht nehmen sollen hätte ich gewusst dass es das item gibt im item raum verdammt na gut wir müssen klarkommen wir müssen jetzt damit klarkommen wird schon irgendwie werden aber dann hätte ich bladimary auf keinen fall genommen ach shit oh das ist cool wenn wir jetzt gleich uns verwandeln hole ich mir das auf rückweg ja aber genießt die letzte eben in der wir leben draus kommen ich fürchte das geht nicht gut oh no ich fürchte das geht nicht gut scheiße würde gehen würde gehen ok dann doch 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 ja dann hier ok dann lassen wir es scheiße verdammt verdammt nein tust nicht ach so das zieht mir nur die roten ab ok dann muss ich insbesondere aufpassen die blauen nicht zu verlieren dann ist ein besuch für mich jetzt im im dings raum tabu ich wollte gerade sagen curse room und so ne aber dann ist das für mich jetzt kurz tabu weil ne da finde ich meine blauen herzen potenziell und die brauche ich als schutz die darf ich nicht verlieren da habe ich kurz den berserk mode genutzt ok hier könnte ich auch den berserk mode für prompt nutzen ok da schon mal ah wir haben noch keinen schlüssel ok die eine münze kann ich mir holen die kostet nix wir haben noch keinen schlüssel das noch nicht so gut nee fuck nein das zieht meines blauen herzen ab ich brauche die lassen mir meine blauen herzen du blödes ding damit habe ich nicht gerechnet dass da was rauskommt ich habe wieder einige blauen herzen das ist ganz gut aber ich habe nichts um in den item raum zu kommen ich könnte ok ich könnte glück haben ich könnte glück haben und es gibt einen teleport in den bombung in den ja von hier aus wäre es auch möglich es wäre es wäre möglich in den item raum rein zu kommen oh mein gott kommen in den item raum rein das hat sich gelohnt ich weiß ich verliere die herzen ja sofort wieder aber trotzdem will ich ein hp abhaben und das andere item sehe ich halt nicht also das ist keine option normalerweise würde ich jetzt definitiv den stachel raum nutzen aber nicht unter diesen umständen wir gucken jetzt noch mal ganz dringend nach blauen steinen die sind jetzt umso wichtiger ich muss jetzt jedes mal schauen dass ich mit ausreichend viele blauen steinen blauen herzen in das herz kommt ich weiß der effekt ist größer je mehr er mir abziehen kann ok aber ich meine ganz ehrlich dann nutzen wir jetzt noch den shop lol wo kam der denn hin dann gucken wir zuerst mit den shop rein dann machen wir es so wir gucken erst in den shop rein das blaue herz wäre minimum die leiter würde ich mir schon auch nehmen wollen ach so nein das kommt von meinem von meinem von meiner tasche die ich gerade geht ok ok wir kommen in den kurs rum noch rein ich habe einen trick letztens gesehen als ich spulk zugeschaut habe beim spielen den kannte ich tatsächlich noch nicht in dem wenn man in dem moment wo man die blatt weg einsetzt durch den raum durchgeht dann bekommt man nicht noch mal zusätzlichen schaden und kriegt dadurch sogar geld also ich probiere es jetzt aus genauso so wenn ich jetzt glück habe kommen wir blaue herzen ich hasse das oh da wollte ich jetzt nicht rein die 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 Nein, wir tun so, als ob wir das nie gesehen hätten. No, 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 no. Something's wrong. Okay. Und jetzt wieder genauso raus. Ja, versteht ihr das Konzept? Ja, sehr schön. Und jetzt, ich meine, ich kriege jetzt keinen großartigen Effekt durch das Blutding. Das ist mir auch bewusst. Ich kriege jetzt keinen so krassen Effekt durch das Blutding. Aber. Ich kann halt trotzdem. Ganz gut damit leben. So. Okay. Oh, er ist immer noch offen. Jetzt waren wir drin, ne? Jetzt ist sowieso die Chance auf den Engelraum geringer. Aber wenn ich jetzt ein Item nehme, dann ist der Engelraum komplett passé. Und für Dead Cat ist mir die Ausgangslage noch zu krass. Ich brauche meine blauen Herzen. Ich brauche meine blauen Herzen. Sonst wird das nix. Ich verliere jedes Mal über das Ding Herzen. Also, es reduziert mich halt auf null. Äh. Hallo? Es reduziert... Achso, weil ich jetzt ein halbes Herz habe, reduziert es mich gar nicht. Ah, I see. Okay. Okay, dann hat es jetzt diesmal gar keinen Effekt gebracht. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Das heißt, sobald wir ein rotes Herz haben... Scheiße. Jetzt verlieben wir gerade wieder blaue Herzen. Das ist natürlich nicht, was wir wollen! Oh, ne. Der spawnt die Drecksdinger. Hör auf, diese Scheiße zu spawnen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hasse die Dinger. Bruder. Ich hasse die Süßviecher so. Holy shit. Ich bleib aber bei meinem Gedanken, sobald wir praktisch jetzt ein... Okay. Jetzt geht's erstmal ab hier. Nein, da komm ich wieder nicht... Ach, Mann. Jetzt die Puppe von vorhin haben. Ich komm da nicht rüber. Schau mal, wie soll man... Was soll das? Ach doch, ich komm da hin, wenn ich nachher den Geist... Aha. Und ich nachher den Geister-Modus aktiviere, dann komm ich da sogar hin. Interesting. Wir nehmen das unbekannte Item. Das ist an sich ein geiles Item, wenn man Dings spielt, aber so nicht. Na, also mit Bloodback kann ich sozusagen Schaden nehmen. An einer Stelle, an der ich sowieso Schaden nehmen würde, ohne Schaden zu nehmen. Also, nee, Quatsch. Und werde aber dann... Kriege aber noch Geld dafür. So rum. So rum ist die Aussage richtig. So, machen wir erstmal den Boss weg. Solange wir noch die vielen Herzen haben. Ich hoffe, hier kommt kein krasser jetzt, weil die können hier ziemlich fies werden. Die können hier ziemlich fies werden. Oh, nee. Als erstes müssen wir diese scheiß Flammenviecher um uns wegbekommen. So, und der Rest sollte jetzt eigentlich laufen. Na? Ah, es hat nicht mal gereicht. Tschüss. Na, ein dummer Satan-Deal wieder. Aber das ist ein schönes HP-Up. Das ist auch sehr chillig. Vorsichtig an das Herz rangehen. Okay. Weil jetzt kann ich wieder über meinen Trick in den Curse-Room reingehen. Joa, ist okay. Ich meine, klar, das Geld hier drin kriege ich jetzt nicht. Ich könnte auch einfach so wahrscheinlich rauslaufen. Aber wenn wir machen, so. Ähm, okay. Und jetzt verwandeln wir uns, ne? Jetzt ist der Punkt gekommen. Sie zu verwandeln. Dann kann ich jetzt mir hier den Kollegen holen. Und den Kollegen. Das ist sehr geil. Das nicht. Das hat man noch nicht. Das ist nicht so schlimm. Dann würde ich hier noch sprengen. Ja, gut. Die Feuer beim Spiegel spreng ich jetzt lieber noch nicht. Ach so, ich muss, ich muss kurz überlegen, wie ich laufen muss. Ich muss vom Spiegel aus einfach gerade durch. Oh, das sind einige Räume. Scheiße. Nein, das ist richtig weit. Bis hier runter. Oh, nee. Das ist richtig. Oh, nein. Dann kommen die Flammendinger nochmal zwischendrin. Ja, die Flammenteile kommen wieder. Oh Gott, das wird nix. Das wird nix. Selbst mit dem... Oh, nein. Das wird nix. Oh Gott, drückt mir die Daumen, dass ich das hinkriege. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich weiß, dass ich den Holy Shield Effekt, äh, den Holy Mantle Effekt habe. Der darf kein... Der darf nicht... Nein, der darf so ein Viech nicht spawnen. Der muss sofort kaputt gehen. Okay. Glück gehabt. Glück gehabt, noch kein Treffer kassiert. Okay, sehr gut. Und die Viecher kriegen wir weg. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. We did it. Okay. Den Schwertteil haben wir. Den Schwertteil haben wir. Wir haben das erste Knife-Piece, das zweite Knife-Piece ist nicht so schlimm. So, und jetzt kann ich hier riskieren, zu sprengen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich den Spiegel sprengen. Ihr kennt's ja. Okay. Aber wir haben einige blaue Herzen bekommen. Das ist sehr cool. Damit können wir weiterarbeiten. Haben wir Bild? Jo. Jo. Okay. Okay. Die ganz Krassen gehen dann nochmal zum Boss in dieser Phase und hauen den Boss auch nochmal weg. Aber als Lost no fucking way. Jo, alles klar. Jo, okay. Okay, nehm ich, nehm ich. Gar kein Problem. Sehr gerne sogar. Cool. Schöne Sache. So, jetzt kriegen wir wieder ordentlich aufs Maul, aber das ist völlig in Ordnung, denn wir haben ja unser Polster. Da hab ich gar nicht dran gedacht, dass die blauen Herzen ja dann ein echt gutes Polster sind. Hat er mich grad getroffen? Scheiße. Ach, Mist. Okay, schnell weiter. Ah, effektisch wieder weg. Okay. Nein! Dumm. Ah, ach, die gehen schief. Ja, die treffe ich so nicht. Kann ich die nur von hinten... Ah, das sind die kleinen... Oh, das ist das Viechchen klein. Das ist ja richtig frech. Den kann ich also nur von hinten angreifen, okay. Oh, da. Okay, Schlüssel sind wichtig und richtig. So. Die machen böse Dinger, wenn sie explodieren. Ich glaub, die werden zu Knochenwurf. Die werfen dann zu Knochen-Dinger, na? Und die anderen machen das Feuer, genau. Shot Speed up ist okay, cool. Was ist, was hat mich getroffen? Hat der geworfen wahrscheinlich und ich bin reingerannt oder so? Kann eigentlich nur das sein. Ähm, wir sprengen mal so, falls hier was wäre. Okay. Okay. Dann ist da vermutlich nichts und ich hab schlecht gesprengt. Okay. So, beides weg. Prima. Ah, ich hab gesagt, uns fehlt nur noch ein Boss. Das ist falsch. Uns fehlt ja auch noch ne Biest. Shit. Okay, lasst mich kurz die, das Gesicht nachschauen. Und danach schaue ich das Fragezeichen nach. So. Wo bist du? Bist du eines der älteren Items? Ja, oh, ganz altes Item. Ach, Abel. A familiar that mirrors the players' movements and shoots tears directly at ice. Ach, das Ding. An... An... Ah, boah, boah. Aber der... Boah. Na, da nehm ich das Fragezeichen. Das meiste, was ich bekommen könnte, ist eigentlich besser. Boah, das ist doch, äh... Okay. Libra ist doch okay. Das ist auch sehr okay. Möchte ich an der Stelle betonen. Das ist auch sehr okay. Vorsicht! Igitt, hässlicher, eklig. Okay, ich kann nicht hier stehen. Oh, können wir erstmal hier raus? Okay. Gibt's noch ne Alternativroute? Ach ja! Wir haben ja wieder rote Herzen. We have your red hearts again. Da wollte ich nicht rein. We have your red hearts again. Sen, we can try to do this again. Ah, ist in Ordnung. Kann man mit Leben nicht schön, aber auch nicht schlimm. Kein riesiges Drama. Und wir kriegen auf die Art und Weise sogar die Herzen wieder zurück. Das ist ja auch geil. Ja. Nice. Wusste, es wird sich lohnen. Ich wusste, es wird sich lohnen. Sehr geil. Nein, nicht treffen lassen. Die brauche ich noch. Die brauche ich alle noch. Lass mir... Oh, ich hasse die Dinger. Ich habe neue Hassgegner. Ja, die sind echt dumm. Du näherst dich denen und schon greifen sie an. Die sind voll frech. Das meine ich. Dann mach dich weg. Holy shit, ey. So. Äh? Ach, Mom. Ne, ach, die Dinger. Okay. Ja, komm. Haben wir uns da? Ah, okay, noch einen Schlüssel. Ist okay. War in Ordnung. War in Ordnung. Um den zu spielen, den Raum. Ah, hier ist nichts weiter. Okay. Gut. Dann gehen wir noch hier oben rein. Geh nur durch diesen Stachelkistenraum, wenn es notwendig ist. Okay, es ist notwendig. Ich hab's befürchtet. Aber was soll's. Aber was soll's. Dafür gibt's hier nochmal einen chilligen Raum. Die zwei Schlüsselräume sind auch meistens ziemlich gut. Naja. Aber nur wenn wir jetzt auch ein schönes Twinket bekommen vorher. Geh mal von oben ran. Ja, ich seh schon, das wird nix. Wow. Das war mit Abstand einer der schlechtesten Schlüsselräume, die ich je hatte. Dafür nehmen wir den noch mit. Okay, wir sind voll. Wir sind einfach voll. Es gibt nächstes Mal ein richtig krasses Upgrade über meine, meinen, meinen hier Dings. Weil je mehr rote Herzen wir opfern können, umso krasser ist ja dann der Effekt. Ja, es war so. Ich musste nochmal hin, weil das Geld wollte ich dann doch schon mitnehmen. Schaffen wir es jetzt da rauszukommen ohne getroffen? Ein halbes blaues Herz gegen fünf Münzen kann man schon mal opfern, oder? Kann man schon mal eintauschen. Ich meine, ein ganzes blaues Herz kostet fünf Münzen. Insofern ist das doch okay. So, was ist denn mit dir da falsch? Lass das. Okay, Bossraum. Okay, Vorsicht nochmal hier. Ah! Scheiße. Oh, die kann ich gar nicht angreifen, oder was? Ah, jetzt wahrscheinlich erst. Oha. Ach, Gitt. Wie Gitt, das sieht ja grausig aus. Okay. Oha, also ich... Ach so, ich bin ja unverwundbar mit NL... Ah, die Explosion tut mir ja nichts. Stimmt ja, habe ich ganz vergessen, siehste. Aber jetzt kann ich ihn normal angreifen. Mann, hör doch auf, überall reinzurennen, Idiot. Okay, ähm... Normalerweise würde ich mir das HP-Up ja schon mitnehmen, aber das Damage-Up ist schon auch gut. Nein, wir gehen auf Damage. Okay, aber ganz schön viele blaue Herzen verloren, muss ich zugeben. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Was wir jetzt aber noch machen können, ist uns den anderen Geheimraum holen. Das war schlecht. Das war schlecht. Ich weiß, ob dir gut war, die Bombe. Mach mal nochmal. Okay. Ja, er ist hier. Oha! Alles klar, Mom? Komm her. Nur eine? Okay, nur eine. Yo! Sehr geil. Wir haben allerdings jetzt als nächstes am Anfang erstmal nur zwei blaue Herzen zur Verfügung. Wir müssen ganz schnell auf Herzen gehen. Ne, wir kriegen jetzt gleich richtig böse abgezogen. Ich muss dafür sorgen, dass ich mehr blaue Herzen habe. Ja, da gönnt das sich wieder richtig. LOL! Win! Das ist ja insane! Wir kriegen ja direkt die Herzen effektiv zurück. Da habe ich gar nicht mitgegeben. Das habe ich gar nicht gerafft. Das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig gut. Wir nehmen also den positiven Effekt mit und gleichen den negativen direkt aus. Das ist ja richtig gut. Geiße. Liegt das an der Tasche? Ja, ne? Ja. Das muss an der Tasche liegen. Ne, da liegt das an... Liegt das an... An Dings? Ne, ne. Doch, das liegt... Ich glaube, es liegt an der Tasche. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist mir auch scheißegal. Es ist auf jeden Fall großartig. Und wir kriegen mehr Curse Rooms. Das ist auch in Ordnung. Weil mit dem Trick, den wir nutzen, ist es ziemlich gut. Mehr Curse Rooms für uns. Nehme ich. Nehme ich. Sehr, sehr gerne. Yo, das ist ja richtig geil. Oh, das brauchen wir noch gar nicht. Das ist ja richtig gut. Das ist ja echt richtig gut. Ich dachte erst, das liegt an... Hier Pyromaniac, weil ich... Warte mal. Vielleicht liegt es auch an Pyromaniac. Aber das ist ja keine Explosion. Lass mich mal kurz Pyromaniac lesen. Weil da bekomme ich ja... Ne Heilung durch Bomben. Da bekomme ich ja ne Heilung. Also ein halbes Herz durch Bomben. Aber es ist ja keine Explosion, ne? Die da auf mich prasselt. Ist mir eigentlich... Ist scheißegal. Ist mir eigentlich scheißegal. Auf jeden Fall ist es insane. Wir werden von dem Ding getroffen. Ich glaube, das ist... Ich glaube schon, das ist... Äh... Ich glaube, das ist diese... Diese... Diese Bag, die ich habe. Diese Tasche. Ne? Diese... Äh... Wie heißt die denn jetzt wieder? Äh... Funny Pack. Genau. When you take damage. Der ist ja 50% Chance to drop a random Hardkey Bomber Coin. Genau. Und ich nehme ja richtig viel Damage. Das heißt, auch hier ist es wieder gut, dass die roten Herzen möglichst voll sind. Hat mir diese Pille hier schon? Ich opfer mal kurz ne Bombe. Wir haben genug Bomben. Ach, das war Samfangsforn. Okay, brauchen wir nicht. Ähm... Ich brauche nicht gar nicht weiterreden. Ich habe... Ups, ich habe gesagt, was ihr... Was ich sagen wollte. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Genau, das ist das. Das ist ja voll gut. Hm. Da das andere... Ich nehme den hier. Das ist... Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist ein Item, das kann ich akzeptieren. Wir müssen mal die Schalter noch finden. Wir haben noch keinen einzigen Schalter gefunden. Oder ich bin einfach blind. Weil hier geht es doch eigentlich darum in der... Ach, da ist einer. Wollte schon sagen. Wir bin nicht in der falschen Ebene. Ich muss ja, äh... Das zweite Knife-Piece noch holen. Ah, da ist der Nächste. Jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt kommen wir der Sache viel näher. Habe ich den schon? Ne, ne? The Lovers, auch geil. Dann setzen wir Degas jetzt ein. Oder... Weil The Lovers würde ich als Schutz mitnehmen, falls mir mal nicht genug Herzen zurückgegeben werden. Ja, ja. Ich setze Degas jetzt ein. Oder Degas. Und, äh... Ja. So, und hier oben haben wir dann den Raum, wo wir... Ah, uns fehlt aber noch der dritte Schal. Ach, der ist hier. Ach, scheiße. So. Jetzt ist es halt wichtig... Jetzt ist es halt echt wichtig, möglichst nicht zu viel... Äh... Energie hier drüben zu verlieren. Wie auch immer ich den Typ sprengen soll, ich kriege hier keine Bomben. Wozu kriege... Äh, na, jetzt ist es wirklich wichtig, nicht zu viel Energie zu verlieren. Oh je, was wird das denn für ein Weg? Oh je, oh je, okay. Okay. Das ist zum Glück... Oh, zum Glück nur ein sehr kleiner Raum, okay. Und dann kommt nur noch der Gang. Okay, da kriegen wir hin. Ist nicht so viel, ist nicht so viel. Guck mal, hier auch wieder. Ich hab keine Bomben. Wozu geben die mir hier solche Steine? Das ist so frech. Ich krieg hier keine Bomben. Ciao. Oh, ich muss hier rum, okay. Mach deinen Shit. So. Nee, geh weg! Okay. Sehr schön. Das war sogar ein sehr einfacher Raum. Nein! Viel zu weit! Scheiß Vieh. Ach, guck mal, ich komm hier durch. Sehe ich jetzt erst. Oh, dass man die drüber werfen kann, ist so nervig. Ah, hat sogar getroffen. Ja, moin. Ich muss hier... Da komm ich... Ah, Shit. Hä? Äh, ach so, ich hab kein Pyram... Oh. Scheiß, ich hab grad kein Pyramaniac. Das ist schon wieder Kacke. So, jetzt. Oh, das war ein dummer Raum. Oh, der Raum war richtig dumm. So, jetzt aber raus hier. Bruder! Ich wollte noch ausweichen, war zu spät. Nein! Jetzt hat's mir alle rot... Oh, jetzt hab ich alle blauen Herzen liegen lassen. Deswegen The Lovers. Genau deswegen. Ey, ich hab grad echt alle blauen Herzen liegen lassen, ne? Ja, es ist unfassbar. Okay, aber genau deswegen The Lovers. Gut. Und ich meine, ich hab ja trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass mehr rote Herzen droppen. Also, das ist ja... Das ist ja zum Glück gegeben jetzt. Das ist ja zum Glück jetzt gegeben. Okay, wir kriegen den... Wir kriegen den, äh... Bosskampf, wo wir Phasen haben. Das seh ich jetzt schon. Und hier auch. Ah, schade, dass ich alles verloren hab. Der eine Raum hat mich doch mehr... Äh... Hat mir doch mehr ins Gesicht geschlagen, als ich wollte. Hätte ich jetzt noch mehr rote Herzen, könnte ich mich durch Bomben... Stimmt, ich kann mich... Lol, solange ich Bomben habe, kann ich mich ja auch heilen. Richtig, ich kann mich ja über Bomben heilen. Habe ich ganz vergessen. Habe ich ganz vergessen. Alles gut. Es ist gar nicht der Phasenkampf. Okay, interessant. Okay. Hilfe! 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 Das war nicht gut. Ich treff die nicht Mann, was? Ach du Scheiße, jetzt hat sie mir wieder meine Chance verharrt Ah, es war doch kacke So, jetzt aber Einfach mit dem Messer ins Gesicht Ach so, das Viech noch weg Ja, ärgerlich Das rote sind die Eidrops Die will ich eigentlich nicht Wobei, ich glaube, die sehe ich schlimmer als Nee, es sind gar nicht die Eidrops Alles gut, kann ich nehmen Genau, das ist die Geschichte gewesen Ja, normalerweise würde ich mich jetzt heilen Mit den Bomben Aber braucht man ja nicht Ich gucke nur kurz noch nach den Steinen Ob hier irgendwas cooles ist Ist aber nicht der Fall Ach so, ich muss ja hier durch Ich volltrottel, ich muss ja hier durch Dann kann ich aber jetzt mich heilen So Hat der getroffen noch, der Drecksack Ich meine, ist nicht schlimm Ich kann mich ja heilen Null Okay Gut Dann Geht's jetzt weiter in Weiß ich nicht, wo wir landen Ich weiß halt nicht, wie es heißt Ich weiß, wo wir landen Aber ich weiß nicht, wie es heißt Das ist das Ding So, wie viel Herzen kriege ich automatisch zurück? Ausreichend Viele Oh, das ist so gut Das ist so gut Ich werde zwar jetzt gleich wieder getroffen Und dann ist mein Engel-Chance weg Aber das ist so gut Die Kombination ist ja göttlich Oha Den Raum feiere ich jetzt ja nicht so Wie mache ich das denn? Iiih Das ist ja richtig ekelhaft Aber ich fürchte, durch den muss ich mehrmals durch Also machen wir das jetzt halt Okay Oh, yes Junge, der Raum war stressig Okay Na Ich weiß ja nicht Das ist doch ein bisschen Argen merkwürdig Wie ich mich da schieße Ich weiß ja nüsch Vielleicht gibt's Verwandlung Ja, da war der Treffer Leider Lass mal die Räume weiter Ach, da geht's nicht weiter Ja, never mind Ähm Was war jetzt wieder dieser Partyhut Ich tippe mal Head ein Da wird er schon kommen Okay, es gibt verdammt viele Head Zumindest Items, wo Head drin steckt Lustig wäre es, wenn der jetzt tatsächlich kein Item ist, wo der Name drin steckt Doch, da ist er Bozo Plus 0,1 Damage ab Plus ein Soul Heart Adds a random chance For an enemy in the current room To become charmed or feared briefly Ab dafür Nehmen wir mit Bevor das andere irgendein Müll ist, nehmen wir das mit Das ist in Ordnung So So Na, aber ich Dummkopf Mann Oha Iiii Kein Grund gleich da rein zu rennen vor lauter I, aber Das war ein bisschen, das ist ein bisschen ekliger Raum Schnell weiter Ja, zu langsam Oh, die machen diese große Explosion, ne Jop Okay, chillig Ja, wir haben jetzt eh schon den Schaden Dann können wir auch hier durchgehen Ach komm, das gibt's doch nicht Kein Glück Mit Herzen hier Okay So, aber da können wir jetzt auf jeden Fall auch reingehen Dann halt nicht Dann halt so Ach ja, ich hab ja die, ich hab ja die Leiter Ich vergesse komplett, dass ich die Leiter habe Ist auch witzig Also eigentlich ist es nicht witzig Eigentlich ist es eher traurig Nein, Mann, dass der mich treffen muss Oh, lol Da hab ich jetzt aber was gedroppt Den muss ich mir merken Wird der mir angezeigt? Ja Mann Ach, Jeanna heißt die Ebene Muss ich mal an Talos-Prinzipel denken Da ist der Nächste Sehr geil Wir haben jetzt das Item, dass wir mehrere kriegen Dann will ich die natürlich auch nutzen Hörst du auf Dann will ich die natürlich auch nutzen Lol, der hat einfach nochmal Das nächste Gabi-Item Aber wir behalten den hier Das ist einfach noch so ein Viech jetzt Das heißt, dieses Item kann auch solche Pups droppen Oder was Das ist ja insane Das ist ja richtig insane Und Bomben jetzt bekommen ist auch sehr, sehr wichtig Weil wir uns damit heilen können Deswegen werde ich auch meinen Twinkets so schnell nicht hergeben Gegen ein anderes Na Und die auch nicht hier jetzt an toten Köpfen verschwenden Weil lieber heile ich mich dann mit Bomben Als es zu verschwenden Okay Geheimraum müssen wir noch machen Ah, shit Nein, nicht weiter schlimm Wir könnten nämlich hier sein Oder hier Meinen einen Job bekommen wir noch Wenn er mir jetzt Äh, ein Steam-Selt geben will Wäre ich Nee, okay Das ist auch in Ordnung Kriege ich nämlich schön viele Bomben Mit denen ich mich schön heilen kann Im Notfall Sehr gut So Der andere Geheimraum Kann dann aber nicht weit weg sein Eigentlich Ja, der muss dann hier sein Ich weiß jetzt nicht, was ich da will Okay Gut, dann Bosskampf Auf geht's Ich meine, wir werden wieder keinen Engelraum bekommen Weil ich jetzt garantiert nochmal getroffen werde Aber das ist halt so Wobei ja die mir Ich wollte gerade sagen Die Explosionen können mir ja nix Aber natürlich lasse ich mich nicht von Explosionen treffen Sondern von seinen Schüssen What the fuck Ist mit dir los? Ich kenne den auch noch gar nicht Oder kenne ich den schon? Ja, war schlecht War schlecht, weiß ich auch Da nehmen wir natürlich das HP ab mit Ganz klar Kriegen wir mehr abgezogen Kriegen wir mehr Bonus Haben wir auch die Wahrscheinlichkeit Mehr Herzen zurückzubekommen So Herzen zurückholen Und dann Abflug Jetzt kann ich die so Ja Mach ich die halt einfach so kaputt jetzt Für den Effekt Alles klar Hier war ja nichts weiter Ansonsten Wenn jetzt hier ein Sacrifice rum oder so gewesen wäre Oder Ein Herzbettler hätte ich den natürlich noch genutzt Aber war ja nicht Also bitte nicht denken, dass ich irgendwas übersehen habe Ich hab da schon drauf geachtet Jetzt gibt's richtig Kohle Weil jetzt einmal das Herz kaputt geht Und Yo Ey, es ist so gut, ne Es ist so gut Der komplette negative Effekt wird einfach sofort wieder Ey, es ist so gut Ich meine Gebt euch den Shit Ähm Ah, okay Ich wollte gerade sagen, wie ist denn jetzt der Raum gedacht Aber ich verstehe Eins Zwei Chilliger Raum Ach man Also mit Engelräumen brauche ich hier nicht rechnen In dem One Aber was soll's Schlecht gespielt Ziemlich schlecht gespielt Muss ich leider zugeben So, hier ist mein Itemraum Die Feder ist eigentlich für Bosskämpfe ganz geil Ich glaube, jetzt sind wir auch an dem Punkt, wo wir das Bloodbag hergeben können Wobei Lass mich mal was ausprobieren Ne, okay Das Ding alleine Droppen bin ich zwingend Äh, im Herz Das war zumindest Nicht so die geilste Idee Aber egal Ähm Will ich mein Space bei Item wechseln Zur Feder Für einmal Use beim Boss immer Ne Was ist das andere Was ist das andere Okay Das ist besser Das ist okay Das ist okay Will ich kurz Herzen zurückholen Ja, komm Wir holen kurz Herzen zurück In der Hoffnung, dass wir hier Herzen kriegen Ach, ich dummkopf Das ist so dumm So Ich kann ja in der Explosion drin stehen Ne Ich geh weg von der Explosion Volltrottel Einfach volltrottel Na bitte, sind wir wieder voll Okay Sowas dummes mache ich jetzt bitte nicht mehr Das ist schön Wie das so was komisches Äh Ah, okay Verstanden Ich muss den hier hin lotsen Dann hier hin Dann hier rüber Dann Hier hoch Und jetzt machen wir das hier drüben weiter Ich meine Ich finde die Räume ganz interessant Tatsächlich Es sind ganz interessante Räume Muss ich gestehen Hat was War was anderes Aber es hat mich nicht weitergebracht Okay Stopp Müsste ich nicht sogar Das Feuer Dürfte mir doch auch nichts anhaben können, oder? Lasst mich das mal ganz kurz testen Okay Wollt es nur kurz wissen Zur Sicherheit Versteht ihr? Zur Sicherheit Früher war es auch so Dass mit Pyromaniac Einen der Fuß von Marm Nichts mehr anhaben konnte Das ist aber nicht mehr der Fall Die kann mir noch Böse ins Gesicht schlafen Oh Sollten wir in dieser Ebene Wieder einen Rainbow Poop Aus irgendeinem Grund spawnen Weiß ich, was ich zu tun habe Soll ich jetzt aber erstmal hier nutzen Dass wir den Kollegen haben Und hier schön durch alles durchmetzeln Hallo? Hallo? Wieso ist das plötzlich so weit da drüben Nicht mehr an mir Hä? Was ist diese Animation? Wieso ist das nicht mehr an mir dran gewesen? Das war ja wild Da war ja irgendwas komplett falsch Ach ii Okay Ich war zum Glück eh voll Aber dass ich wieder weglaufe Vor der Explosion Ist schon wieder dumm Okay Ähm Da nicht Da oben kann er auch nicht sein Da ist schon mal mein erster Raum Den ich gesucht habe Ach das Feuer kann mir gar nix Ich dachte das Feuer kann mir nix Das wohl schon Na gut Das war kein Rainbow Poop Ace of Hearts Ja das ist doch besser als was wir hier haben Dann äh So Dann tschüss Lovas Und Hallo Ace of Hearts Ja jetzt hat's da nochmal ne schöne Münze getroppt Da kann ich sogar nochmal rein Weil ich krieg das Herz sogar zurück Lull Das war eigentlich das was ich vorhin testen wollte Ob ich sozusagen Damit unendlich Herzen generieren kann Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht 100% Dass immer ein Herz kommt oder so Die Wahrscheinlichkeit ist möglich Deswegen kommen auch sehr viele Herzen Wenn ich ordentlich Abzug bekomme Aber es ist eben nicht 100% Ergibt ja auch Sinn Das wäre schon ein bisschen fies sonst Bisschen overpowered Wir gehen noch da oben in den anderen Raum Den ich noch nicht betreten habe Kurz rein Da ist nämlich mein anderer Warum kann ich nicht schießen Hallo Ich konnte kurz nicht schießen Ich weiß nicht was das war Ob ich einfach dumm war Oder ob ich einfach nicht schießen konnte Jo alles klar Ich trottel Ich darf doch hier Ich muss doch nicht weglaufen vor denen Und ich wollte die Kiste extra hinschieben Wegen der Explosion Aber ich halte wieder Mehr Bomben Sehr geil Okay Matchstick brauchen wir nicht Wir kriegen durch das andere Twinket schon genug Bomben So Sehr nice bisher Sehr sehr nice bisher alles Okay Ähm Dann Weiter im Programm Ich wollte die ganze Zeit fragen Wieso ist denn hier eigentlich Eine Kistensymbol Ich habe gar nicht gesehen Dass hier eine Kiste ist Schön Die habe ich absolut nicht gesehen Ich habe nur das Kistensymbol auf der Karte gesehen Und mich immer gewundert Was soll das Wo kommt das her Warum ist das da Ich will das nicht Ich will dass das weg geht Treffer versenkt Auch schön Okay diesmal war es eigentlich klug wegzulaufen Weil das ein lila Feuer hätte schießen können Also es konnte auch schießen Das hat auch leider weh getan So Jetzt aber Weiter hier im Programm Ich habe gerade so viele Bomben Ich sollte eigentlich wirklich mal Die blauen Feuer mitnehmen Na Ich glaube wir gehen gleich noch mal ein bisschen rum Und machen noch die blauen Feuer weg Wenn ich nicht so schon genug Äh Blaue Herzen zusammen bekomme Weil vielleicht Kriegen wir ja trotzdem noch Achso Äh Weil vielleicht kriegen wir ja trotzdem noch Ähm Nach Sachschnell Engelchance Und dann wäre es gut Keinen roten Herzschaden beim Boss zu nehmen Ja moin Hast du auch noch mal Bock hier Ist okay 98 Münzen Alles klar Hä mal treffen die und mal nicht Ich raff das nicht Ist egal Jo Ciao Das war frech Okay da ist mein Bossi Okay da ist mein Bossi So Okay den anderen Geheimraum haben wir auch noch nicht Dann wird der vermutlich hier sein Wir haben zwar kein Spacebar-Item Aber für den Fall Dass wir noch aus irgendeinem Grund Irgendwie eins bekommen sollten Werde ich mir mal sein Energie-Item mitnehmen Wir haben eh genug Münzen Wer weiß was es am Ende bringt Nope Im Moment sieht es natürlich sinnlos aus Ist mir auch bewusst Jo Wie gut das einfach ist Dass man die ganze Zeit Soll noch mal Herzen zurückbekommt Das ist das was ich Vorhin eigentlich versucht habe Als ich die Feder gesehen habe Weil das macht das Ganze Noch mal krasser Ne Wenn ich Energie verliere Mach ich einfach den hier Dann geht das richtig ab Aber es passiert halt nicht immer Das ist das Problem Ist ein bisschen risky Junge Wie oft noch Wow Hätten wir sowas wie Money is Power dabei Würde ich das nicht machen Aber ich meine Ne Aber allein mal die Die Überlegung Wie viel Münzen man wirklich opfern muss Um dieses Item von dem Typ zu bekommen Und dann wird es mir jetzt wahrscheinlich Nicht mal was nützen Aber vielleicht ist ja auch was cooles Ich weiß nicht was da alles droppen kann Ich weiß nicht was in dem In ihrem Pool so drin ist Ob es nur Aufladungs-Items sind Oder auch zum Beispiel sowas wie Keine Ahnung Elektro-Tiers-Dings Hier die Leiter da Jakobs-Ladder oder wie das Ding heißt Junge Mein ganzes Geld Was willst du Gib mir mein Item Bruder Bruder Du willst mich doch verarschen Oder Der hat gleich echt 99 Münzen gefressen Ich weiß dass du ein Item hast Ich will wissen was es ist Gib es mir Selbst wenn ich es da nicht brauchen kann Ist mir scheißegal Und wenn es die Autobatterie ist Nehme ich es auch mit Bruder Das will ich nicht Unfassbar Unfassbar Okay so Ich wäre auch bereit gewesen Die ganzen Herzen die hier rumliegen Noch zu verpulvern So ist nicht so Jetzt wollte ich aber wirklich noch Eben losziehen Für Da komme ich leider nicht ran Ich wollte eben noch losziehen Für blaue Herzen Äh blaue Feuer So viel Zeit gibt ihr mir bitte noch Ich weiß nicht mehr wo Blaue Feuer waren Deswegen ich muss nochmal kurz durchlaufen Glaube ich in dem Raum War noch blaue Feuer Genau Genau So viel waren das gar nicht mehr scheinbar Oh ja aber okay da komme ich nicht ran Da komme ich ran Ach komm schon Ach komm schon Ach ja der Typ war Okay es liegen noch genug Herzen rum Aber zieht mir das jetzt erst Ah scheiße das zieht mir erst die blauen jetzt ab Na aber es ist eigentlich nicht weiter schlimm Doch es ist schlimm weil ich dann den Boss wieder nicht hinkriege mit dem mit den Herzen Wir haben im Moment eine Viertel Chance auf Engel Raum Dann lasse ich das lieber hier Ne dann lasse ich das Das will ich nicht Das will ich nicht Ich will ja die blauen Herzen behalten Also mir geht es gerade um die Chance für den Engel Darum geht es mir Nicht dass ich mit den Herzen nicht durchkomme Das ist glaube ich nicht das Problem Okay Dann haben wir alles gesehen Dann haben wir alles gesehen Dann bleibt uns nur noch der Tritt Von Mom auf ihren Fuß Moin Ja ich weiß schon dir geht es zu gut mal Ich weiß schon Oh das hat schön gezwiebelt Das hat richtig schön bei ihr gezwiebelt Aua das hat bei mir gut gezwiebelt Ja ich Ich kriege trotzdem wieder genug Schaden drauf Das ist doch scheiße Das hat ein Satin deal gespawnt Ach komm schon Aber besser wie nix Wir gucken rein Ähm ich will ja zu Dings weiter Na Zu äh Mother Dann ist es doch egal Was ich von den beiden nehme Dann kann ich doch auch das Das negativ nehmen Jetzt geht mal was mit den Satin deal Und gucken was der für mich hat Okay was war das hier Ich glaube das ist mir einherzwert Aber ich muss ganz kurz gucken Was dieser Gehstock macht Ich nenne das immer Gehstock Ich weiß dass das kein Gehstock ist Don't 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 kill me please Ähm Das ist dieses Sulfur Upon use Grants use of brimstone For the current room Ach ne das war das Ding Ne Ne Ciao 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 Ist in Ordnung Will ich doch nicht haben Hat sich erledigt Wobei warte mal 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 Ähm Ich hab doch gerade Schaden nehme Schaden nehme Ich mein wenn ich Schaden nehme Droppe ich ja möglicherweise ein Herz Aber der Sharp plug würde auch erst blaue und schwarze herzen nehmen Ich überlege halt ob der das blattberg jetzt überhaupt noch so sinnvoll ist Aber doch ich denke schon Ich denke schon Wir lassen mal das blatt weg Wir kriegen ja immer noch curse rooms Die kriegen wir ja nach wie vor auch in Dings Wir kriegen ja immer noch curse rooms Wir lassen das mal So also negativ Und ab dafür Nein ich hab das Auge nicht gekillt Warum Boah ich dachte ich hab das Auge gekillt Vielleicht kommt wieder die Verwandlung Achtung Muss aufpassen Weil dann kann ich hier den Rest weg Einfach weg Nein Na das hat nicht gereicht Okay Ihhh Okay hier stehe ich gut Was ist passiert Gut 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 Oha Noch mehr Viecher Gut ähm Dann Runter Dann eine Ebene runter So Ich hoffe auf schön viele rote Herzen Nach diesem Effekt Ist sehr gut Oh mein Gott Und nicht nur rote Herzen sind gespawnt Alter das ist so krank So ich muss eine Sache gleich testen Wie viel Herzen zieht es mir ab Wenn ich das jetzt mache Es zieht ein Ganzes jetzt ab Okay Es ist jetzt gefährlicher Das wollte ich testen Es ist jetzt gefährlicher geworden Gut Muss ich Muss ich bedenken An die Karte komme ich ran Ich hasse das Ah ich komme ran Ich komme ran Ich komme ran Alles gut The Moon Können wir einsetzen Für Falls hier ein guter Raum ist Jetzt nämlich Nee Das macht man nicht Aber falls wir den Curseroom finden Dann kann ich so wieder raus Weil raus ohne Schaden ist trotzdem immer noch geil Und wir werden ja mindestens einen Curseroom finden Lass mich los Du Hund Okay Okay Ja da ist Scheiner Oh ich hasse diesen Gift Dings Aber solange wir den Effekt haben Nutze ich natürlich Ja okay Schon vorbei So jetzt Achtung Vorsichtig So rein ist ja in Ordnung Aber raus machen wir dann mit dem Moon Raus machen wir dann mit dem Moon Okay guter Moon Guter Äh guter Moon Guter Geheimraum Gibt nämlich gleich wieder Herzen zurück Höhlich feiere ich Gut wir wollen aber trotzdem möglichst schnell Über diese Wege hier zum Boss kommen Nein hier geht es wieder nicht weiter Ach das ist doch schon wieder Kacke Ach ich bin Ich bin auch so ein Trottel Ich habe die Leiter Und ich meine es ist egal Ich habe drei Millionen Schlüssel Aber Es ist halt einfach dumm Dass ich da nicht dran denke An sowas Das ist halt einfach dumm Okay Nice Da ist der nächste Okay wir machen aber erstmal die Räume weiter Hier geht es dann auch Oh shit Ah hier geht es nicht weiter Hier geht es nicht weiter Wow vorsichtig Den sehe ich jetzt erst Telepilz ist auch wieder gut Weil dann komme ich wieder Einmal umsonst aus dem Raum raus Das ist doch in Ordnung Das ist doch in Ordnung Nee das ist es nicht wert Nice Und Telepilz ab dafür Okay Okay Wir machen uns den Raum mal ein bisschen einfacher Weil das auch so jetzt nicht sonderlich schlimm war Okay Okay Erstmal zurück Um die Die Dings zu holen Die Ace of Hearts Oh die kann schießen Darauf war ich mental nicht vorbereitet Aber gar kein Problem Haben wir Haben wir So Wo ist meine Ace of Hearts Äh Heute habe ich meine Ace of Hearts irgendwo liegen gelassen Hier oben ist das die Karte Ja Stimmt wegen dem Moon habe ich die Dingen Aha siehste Nach der Pille habe ich dran gedacht sie zu holen Und nach dem Moon habe ich nicht mehr dran gedacht Ups Aber ist in Ordnung Alles gut Ah wir können auch hier runter Wahrscheinlich geht es da unten weiter Oh Ah ne das sind nur die Dinger Okay Hä Ach ich bin nicht die in den Matsch reingelaufen Ah scheiße Dumm Mach hier wieder nur scheiße Mist Ah ich habe nicht Ich habe überhaupt nicht nachgedacht Gerade Das war richtig blöd Das war richtig blöd Gerade Ach Mist Okay komischer Gang Okay da hört alles auf Bisschen mehr Damage wäre halt noch ganz geil Damage ist noch nicht so So genial Aber was solls Also wir kriegen schnell Energie So das ist nicht das Problem Aber So direkt im Kampf gegen Mother Sehe ich mich noch nicht auf der besten Position Muss ich gestehen Ich meine wir werden oft getroffen Ich hoffe halt darauf Dass wenn wir getroffen werden Dass ich recht oft dafür sorgen kann Dass mir Herzen droppen Der rote Der Bloodpenny Wäre halt noch das Beste Wenn wir den Bloodpenny noch finden würden Dann Könnte man noch ein bisschen mehr Hier arbeiten Schnell 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 Jawohl Einfach weggeschnetzelt Was jetzt los Was bist du denn Den kenne ich nicht Aha Was ist das denn für ein Boss Was Wie viele Phasen willst du haben Ja Feels like Endboss alter So komm ich nicht ran What the heck Bruder was war das denn verrücktes Das war ja mal richtig verrückt Alles klar Aber wir haben jetzt hier nichts weiter zu tun Wir haben hier alles getan Geheimraum Da sehe ich mich noch Sehr geil Nochmal Demun Ja aber ich musste Ich muss Ace of Hearts mitnehmen Auf jeden Fall Ich hoffe nur Dass mir mein Dings jetzt nicht die Knochenherzen zerstört Weiß ich nicht Werden wir sehen was jetzt passiert Ich hoffe der zerstört es nicht gleich Das wäre doof Ja okay Chillig Alter Aber das war Das war Interessant Den kannte ich noch gar nicht Was bist du denn für ein komisches Vieh Vor allem wie viele Phasen der einfach hatte Holy Shit Ja gut Okay Ähm dann Haben wir jetzt hier aber alles gesehen Weiter So wie viel zieht es mir ab Oh mein Gott Wenn der Pup nicht mit aufgetaucht wäre Guckt euch an wie wenig Oh mein Gott Das wäre es einfach gewesen Oh wenn der Pup nicht Es sind sonst immer so viele Herzen aufgetaucht Und jetzt nicht ein Also eines Das wäre es gewesen Heilige Scheiße war das kritisch Okay Heißt aber jetzt auch für mich Ganz wichtig zu realisieren Dass ich jetzt nicht noch zusätzlich Ja da hat es mir mein erstes Klon jetzt weggezündet Ja ich wollte sagen Das heißt jetzt dass ich nicht noch zusätzlich Äh nochmal Oh Gott Nochmal den Pup habe Also ich kriege nicht noch eine Aufladung Ich habe hier jetzt ein Herz rumliegen im Moment Und das war's Mehr habe ich im Moment nicht Ich meine klar ich habe Ace of Hearts Damit kriege ich ein paar Herzen zusammen Aber Diesmal hat mich mein Glück komplett verlassen Was die Bloody Mary anging Eieieiei Ich meine ich hätte mich mit Bomben hochheilen können Ist mir schon bewusst Das wäre aber so der Notfall Das wäre so der absolute Notfall Und ich hoffe jetzt Dass ich jedes Mal schnell genug bin Nochmal Energie zurückzuholen Bevor mein Knochenherzen ab So was sind mit den Viechern falsch Alter Korps Was hast du für Gegner Liegt es daran weil ich Hardmode spiele Dass ich ein paar Gegner einfach noch nie vorher gesehen habe Kann es sein Dass es noch ein paar mehr Gegner sozusagen gibt Die ich noch nicht kenne In dem Sinne Ist das denkbar Hier geht es nicht weiter Scheiße Der komplette Weg war nutzlos Geil der komplette Weg war nutzlos bisher Okay Oh weia Falls euch wundert Warum setzt der Typ denn jetzt nicht in so einem Raum Ace of Hearts ein Weil wir Irgendwie kriege ich das Ding immer weiter weg Was ist Was für ein Item sorgt denn dafür Dass das immer weiter weg geht Vom Treffen her Null Wo ist jetzt noch einer Ah shit zu langsam Äh Warum ich das nicht mache Weil ich Darauf spekuliere Dass ich bei Mother Wenn die ganz viele Viecher spawnen Dass ich es da einsetze Und dass dort dann die Herzen rumliegen Und nicht hier Weil wenn hier Herzen rumliegen Und ich sie nicht einsammeln kann Nützen die mir überhaupt nichts That's the reason Aber ich glaube das habt ihr euch schon gedacht Nur für den Fall Dass ihr realisieren wollt Dass ich nachdenke So Oh Äh Haben wir vorhin nachgeguckt Was Death macht Death Fragezeichen Aber ich hab's Konstant vergessen Was macht Death Fragezeichen Ich hab vorhin erst nachgeschaut Es ist doch zum Kotzen Ach ja Den Book of the Dead Effekt Den kann ich zum Beispiel Jetzt hier einsetzen Hier waren richtig viele Gegner Das gilt mir Wenn man Gerade in dem Raum drin war Okay ich verstehe Dann hätte ich ihn hier einsetzen sollen Nein Nicht so schlimm Okay da ist mein erster Okay wir gehen erstmal weiter Weil wir jetzt die Okay hier ist der Bossraum Okay blaues Herz Erst zum Schluss Erst zum Schluss Wir haben im Moment noch Herzen rumliegen Das heißt wir können es probieren Hier rein zu gehen Und wir können ja auch hoffen Dass der Jawohl Sehr gut Sehr gut Oh das war falsch Oh das war falsch die Reihenfolge Ich bomb die erstmal raus Die Kiste Okay Nichts Schlimmes passiert Alles gut So Jetzt hol ich mir die Herzen Dann gehen wir zum Boss Wir haben jetzt was richtig geiles Noch gerade bekommen Wir haben gerade noch was richtig geiles bekommen Das ist natürlich großartig Das ist natürlich großartig Für Pyromania kann man nichts geileres bekommen als Curse of the Tower Yes Das ist super So gibt mir noch das blaue Herz Und dann Sprengen wir hier noch alles weg Gehen hier vielleicht noch in den Geheimraum Vielleicht kriegen wir noch ein blaues Herz zusammen Muss aber auch nicht Okay Das ist geil Was gerade passiert ist Das ist sehr geil Ähm Ich meine wir haben noch Zeit Klar nicht War schon wieder viel zu knapp daneben Gibt noch mal ein paar Bomben Ist okay Oh nice Nice So aber wo ist denn dann der Supergeheim Naja der ist dann ganz woanders Dann scheißen wir auf den Und begeben uns Zu Mother Ich bin nach Curse of the Tower Jetzt etwas bessere Dinge Muss ich gestehen Schauen wir mal Ich hoffe natürlich trotzdem Dass es gar nicht nötwendig ist Das ganze Zeug Aber Wir werden sehen Na Treffer So und jetzt holen sie die Viecher raus Ne jetzt kommen gar nicht die Viecher raus Ich dachte Oh ich dachte die Viecher Okay die Viecher kommen gar nicht mehr What the fuck is going on gerade Alter ich hab grad so viel Energie verloren Ich hab das gar nicht realisiert Ja tschau Nice Swallowed M80 Was immer Das ist oder Swallowed 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 Wie auch immer Verschluckt es M80 auf jeden Fall Nice Okay Ein Boss fehlt uns noch Diesmal habe ich recht Diesmal habe ich recht Jo es dauert mit jedem Charakter Schon ewig Bis man die Bosse zusammen hat Holy shit Aber es fehlt noch Biest Und vor allem Stellt euch vor Einer von den Runs läuft nicht Ey wir haben noch richtig viel zu tun Ich weiß echt nicht Ob wir das alles spielen Weil Man muss halt dazu sagen Samson ist noch ein recht einfacher Charakter Wir werden Charaktere haben Wo es einfach überhaupt nicht laufen wird Und die werde ich dann auslassen Wir werden einfach noch Ähm Ihr könnt ja mal schreiben Wie weit Oder wie viel Lust ihr noch auf Isaac habt Weil an irgendeinem Punkt Muss ich aufhören Ich werde es nicht zu 100% schaffen Das ist ganz klar Das war schon mit dem alten Isaac nicht so Da haben wir auch an irgendeinem Punkt gesagt Jetzt reicht es Ich schaffe nichts mehr Es ist Quatsch Da weiter Videos aufzunehmen Hier bin ich noch lange nicht an dem Punkt Also es gibt noch vieles Was ich schaffen kann Und so Und worauf ich auch Lust habe Die zu spielen Die Charaktere Aber ich meine nur so vom Konzept her Wie viel Lust habt ihr noch auf Isaac Na ich meine Solange Isaac läuft Gibt es halt kein anderes Projekt Es ist Äh Ja und Ich hab so viel Ich hab so viel vor Ich will irgendwann mal Ori 2 spielen Ich will Irgendwann mal Hier Also Was ich auf jeden Fall machen werde Das kann ich jetzt schon sagen Wenn ich Ähm Metroid 5 bekomme Also Mit Metroid Wie heißt es Thread oder so Äh Dann werde ich auf jeden Fall Isaac pausieren Weil das ist Das will ich spielen Das will ich sowas von spielen Das glaubt ihr gar nicht Wie ich Metroid 5 spielen will Ähm Und dann pausieren wir Isaac Das ist Das ist mal ganz klar Aber Das dauert noch ein bisschen Bis das rauskommt Deswegen Aber einfach mal an euch gefragt Wie viel Lust habt ihr noch auf Isaac Was wollt ihr noch sehen Weil wir haben ja So gesehen alles Große freigeschaltet Ne Wir haben so Alle In Anführungszeichen Gameplay Mechaniken Bis auf so So Sachen wie jetzt halt hier Dieses Brain Game Wusste ich gar nicht Dass das existiert Na das ist interessant gewesen Da war ich tatsächlich Komplett überrascht Ähm Und jetzt wie gesagt Sind wir halt an dem Punkt Wo wir halt Die Tainted Charaktere Noch weiterspielen können Theoretisch kann man auch hier Noch den ein oder anderen Charakter Zusätzlich Da haben wir auch noch nicht alles Aber das sind halt Charaktere Da Weiß ich nicht Ob ich da so viel Lust drauf habe Man schaut euch das an Mit Lilith Habe ich noch fast nix Und vor allem alles nur auf normal Das müsste ich alles auf hart Nochmal nachspielen Das ist halt das Das ist halt der Punkt Also du kannst Also Isaac hat enorm viel Content Wenn du 100% haben willst Das ist insane Das ist insane Ich weiß nicht was ich davon alles spielen soll Und was nicht Also Wenn ihr Spaß daran habt Dazu zu schauen Können wir gerne mehr Isaac machen Aber Ihr müsst mal sagen Wie Wie stark euer Sättigungsgefühl ist Bei Isaac Danke fürs Zuschauen Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal